Dies ist der Wirtschaftskalender und hier ist ein Überblick über die wichtigsten geplanten Veranstaltungen für Dienstag. Um 6 Uhr werden die endgültigen Daten zum Deutschen Verbraucherpreisindex für März veröffentlicht. Dem Blitzbericht zufolge soll die Inflation im März um 0,8% gegenüber dem Vormonat gestiegen sein, während die monatliche Inflationsrate im Februar bei 0,4% lag. Zwei Veröffentlichungen in Bezug auf die britische Wirtschaft für März werden um 8.30 Uhr veröffentlicht, darunter die bedeutenden Daten zum Verbraucherpreisindex. Bis einschließlich Februar stiegen die Preise in diesem Jahr um 0,3%. Die Januar-Daten blieben damit unverändert, was den Trend einer niedrigen Inflation weiter fortsetzt. Zur zweiten Veröffentlichung gehören die anstehenden Daten zu den Erzeugerpreisen. Bis einschließlich Februar stiegen die Kernpreise in diesem Jahr um 0,2%, wodurch die Januar-Daten wieder unverändert blieben. Um 12.30 Uhr werden die Daten zu den US-Importpreisen für den Monat März erscheinen. Nach einem einprozentigen Rückgang im ersten Monat des Jahres sanken die Preise im Februar um weitere 0,3%. Dieser Rückgang wurde vor allem durch den Rückgang der Treibstoffpreise verursacht. Die Daten zur US-Bundeshaushaltsbilanz für März erscheinen um 6. Im Februar verzeichneten die USA ein Haushaltsdefizit von rund 192,6 Milliarden. Im Vormonat wurde ein Überschuss von rund 55,2 Milliarden registriert. Die Daten zum neuseeländischen Nahrungsmittelpreisindex für März stehen um Viertel vor elf an. Im Februar sank der Index um 0,6%. Nach der Saisonanpassung wurde ein Anstieg von 0,2% fixiert. Die Daten zur japanischen Zentralbankgeldmenge M2 für März werden um 23.50 Uhr veröffentlicht. Im Februar wurde ein Anstieg von 3,1% fixiert, der unter den Markterwartungen von 3,2% lag. Zuletzt um 0.30 Uhr werden die Daten zur australischen Verbraucherstimmung für den Monat April freigegeben. Der Index fiel um 2,2% im März auf 99,1%. Mein Name ist Celeste Skinner, das war der Wirtschaftskalender für Dienstag. Schalten Sie morgen wieder ein. Bis dahin alles Gute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017